Heute schaut die ganze Welt zu. Heute will jeder Fußballfan wissen, wer gewinnt denn jetzt diese UEFA Europa League. Ein toller Wettbewerb, ein spannender Wettbewerb liegt hinter uns. Die beiden sind noch übrig, sie stehen hier verdient in diesem Finale. Aber jetzt gilt's, jetzt geht es um den Titel. Kulisse stimmt, Atmosphäre stimmt, es kann losgehen. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden, Buschi. Heute also das Finale in der UEFA Europa League, ein absoluter Feiertag für alle Fußballfans. Das Duell der Besten. Der Druck auf beide ist natürlich groß. Beide, auch klar, wollen hier gewinnen. Das wäre einfach ein Riesenerfolg. Und so gehen's die Hannoveraner an. Es ist Finalzeit, Buschi. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Das merkt man hier seit Tagen. Alle freuen sich auf dieses Spiel. Alle reden nur noch von dieser Partie. Es war ein hochinteressanter Wettbewerb mit richtig guten Leistungen. Und heute wird sich's zeigen, wer das Ding holt. Ist natürlich immer was ganz Besonderes. Für die Spieler, für die Fans und auch für uns hier oben auf der Kommentatoren-Tribb. Schauen wir kurz drauf. Das ist die Aufstellung von Olympique Lyon. Bei ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an. Vor allem, wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Und jetzt geht's los. Jetzt Schweinsteiger. Da haben sie jetzt Platz. Kollegen bieten sich an. Waldemar Anton. Rani Khedira. Dieselmann. Sauber vom Ball getrennt hier. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Ja, durchaus ein vielversprechender Freistoß. Das war nicht der beste Freistoß. Könnte die Führung werden. Die Spiele, der Ball zurück zum Fieber. Gieselmann. Henrichs. Waldemar Anton. Gieselmann. Rani Khedira. Pass auf den Flügel. Felix Klaus. Nee, das wird nix. Ball im Haus. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Ja, ein ganz toller Spieler und vielleicht auch einer der schnellsten der Welt. Bedeutet für die gegnerische Verteidigung automatisch Schwersterbeut. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Da geht er vorbei mit dem Trick. Und die Chance. Gieselmann. Gieselmann. Waldemar Anton. Gieselmann. 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 Ball erneut bei Caichon. Macht er gut. Kommt jetzt die Flanke. Es müsste mal eine zündende Idee kommen. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Sieht gefährlich aus. Knapp vorbei am Tor. Guter Versuch. Waldemar Anton. Henrichs. Rani Khedira. Gieselmann. Gieselmann. Leonardo Bittencourt. Gefährlich. Jetzt vielleicht. Jetzt gibt es einen Einwurf. Henrichs. Die Eingabe kommt an den langen Pfosten. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung, Henrichs. Die Eingabe kommt an den langen Pfosten. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung, Henrichs. Auf geht's er. Auf geht's er. Auf geht's er. Auf geht's er. Er passt ihn auf den Flügel. Und Schweinsteiger. Henrichs. Schweinsteiger. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Die kurze Variante. Lopez hält. Ball ist noch ins Spiel. Kollau. Der Ball ist draußen. Wird ein Wurf geben. Paulinho. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Waldemar Anton. Rani Khedira. Gieselmann. Schweinsteiger. Er zeigt den Vorteil an. Sie können weiterspielen. Chance zur Führung. Ja, schön geklärt. Erstmal die Gefahr bereinigt. Gute Aktion. Guter Vorstoß jetzt. Da ist er da. Und da hat die Flanke. Super dazwischen gegangen. Rani Khedira. Rani Khedira. Waldemar Anton. Henricks. Guter Vorstoß. Guter Vorstoß. Guter Vorstoß. Die Flanke. Guter Vorstoß. Und noch ein weiterer Einwurf. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Waldemar Anton. Es gibt den nächsten Einwurf. Kolarov. Guter Einsatz, das war wichtig. Leonardo Bittencourt. Khedira. Ja, der nächste tolle Pass. Henricks. Rani Khedira. Rani Khedira. Waldemar Anton. Arne Meier. Henricks. Bastian Schweinsteiger. Pass auf die Außenbahn. Gieselmann. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich zur Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Waldemar Anton. Da kommt der Pass auf Außen. Arne Meier. Und den Ball hält der Torhüter fest. Ah, das hätte gefährlich werden können. Rani Khedira. Rani Khedira. Pass auf Außen. Leonardo Bittencourt. Flanke jetzt. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Und Schweinsteiger. Arne Meier. Felix Klaus. Jetzt ist es gefährlich. Da ist die Flanke. Klasse Aktion, Ball ist weg. Paulinio. 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 Er schießt. Da geht er weit am Tor vorbei. Schweinsteiger jetzt. Khedira. Gieselmann. Rani Khedira. Waldemar Anton. Schweinsteiger. Gieselmann. Ja, der ist Platz jetzt. Waldemar Anton. Schweinsteiger. Henricks. Und jetzt könnte der Pass kommen. Felix Klaus. Lange Flanke jetzt. Führung. Und das ist natürlich so wichtig hier im Finale der UEFA Europa League. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut eingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Ein schönes Tor. Ja, das sehen wir hier nochmal an. Einerseits trifft er den Ballklasse, aber auch die Hereingabe ist richtig gut. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Es ICA-ILLOBAL. Und da ist ein bisschen wrap- pumpkins. Ja, die happen. Ja, ihr確 vontade weiß. Schweinsteiger. Gieselmann. Kedira, Waldemar Anton, Rani Kedira. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive, aber sie müssen es ja auch nicht zwingen. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Gefährlich. Macht er gut. Ganz stark abgeblockt. Zuspiel landet, E-Maus gibt einen Wurf. Waldemar Anton. Jetzt müssen sie aufpassen. Felix Klaus. Jetzt wieder Ballbesitz für Lyon. Ballverlust. Felix Klaus. Ball im Ausklasse. Zweikampf. Einwurf jetzt. Arne Meier. Jetzt gibt sie eine Ecke. Die Ecke kommt rein. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Rechts mit dem Kopf zur Stelle und kann die Ecke verwerten. Sehr gute Aktion. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ganz entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Das ist eine gute Ballbesitzstatistik, die wir hier von Hannover 6. 96 sehen. Und sie wirken sehr zielstrebig. Ich komme gut vor das Tor, komme gefährlich vor das Tor. Und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Waldemar Anton. Henricks. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Gieselmann. Da ist die Chance für die Flanke. Gut abgefangen, dieser Ball. Gute Aktion. Es geht mit dem Abschluss weiter. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Er kommt heute nicht rein in diese Partie, aber es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld. Er kommt heute nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber es ist nicht so richtig in diese Partie, aber Rani Khedira. Leonardo Bittencourt. Waldemar Anton. Er passt ihn auf den Flügel. Lyon mit dem Ball. Jetzt der Vorstoß. Kolarov. Ja, könnte was werden. Schön vorbeigekommen. Das ist die Chance jetzt. Mit dem Ball hat er gar keinen Fall. Dieselmann. Füllkrug. Wird das seine Torchance? Paulinho. Diago Mendez. Da kann er ihn stoppen. Arne Meier. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Chance zum Konter ist erstmal weg. Weiter Ballbesitz. Etwas später. Und er ist frei durch. Aber so ist es abseits. Leonardo Bittencourt. Rani Khedira. Khedira. Waldemar Anton. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Gieselmann. Khedira. Gut den Körper eingesetzt. Das frühe Pressing jetzt. Den Ball kann er abfangen. Felix Klaus. Henrichs. Henrichs. Waldemar Anton. Khedira. Gieselmann. Jetzt wieder Ballbesitz für Lyon. Der Ballverlust. Lyon über den Flügel jetzt. Jetzt die Flanke. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Die Flanke kommt in den 16er. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Was macht er draus? Sieht gefährlich aus. Paulinho. Jetzt vielleicht. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ecke kommt ins Zentrum. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Schweinsteiger. Schweinsteiger. Kedira. 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 Gieselmann. Kedira. Das ist schade. Er wäre durch gewesen. Aber so wird abgefiffen. Abseits. Kedira. 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 Kedira.